Herzlich willkommen zur Top 10 Show bei Perl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Perl. Liebe Zuschauer, für Sie geht es jetzt weiter hier im Live-Programm bei Perl TV mit einer ganz, ganz spektakulären Top 10 Show. Denn wir reden von absoluten Highlights. Und wir gehen jetzt in der kommenden Stunde durch verschiedene Produktkategorien und da haben wir wirklich richtige Highlights, Bestseller und vor allem auch tolle Alltagshilfen. Sie dürfen also wirklich gespannt sein, denn wir haben ganz, ganz viele tolle Produkte. Selbstverständlich bekommen Sie die TV-Sonderpreise und ich bin natürlich nicht alleine in dieser Top 10 Show, sondern habe tatenkräftige Unterstützung vom Herrn Rulan. Und wir haben uns bereits vorher schon mal ein wenig über diese Sendung unterhalten und uns ist aufgefallen, dass gerade Top 10 auch ein richtiger Kracher ist. Deshalb legen wir los, Platz Nummer 10. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir gehen mal rüber für Platz Nummer 10. Da freue ich mich den ganzen Tag auf. Jetzt kommt nämlich was ganz Edels, liebe Zuschauer. Jetzt geht es um Ihre Entspannung. Jetzt geht es um noble Luxusmöbel, die bei Ihnen zu Hause definitiv nicht nur richtig toll aussehen, sondern um Luxusmöbel, die definitiv auch das halten, was Sie versprechen. Nämlich eine perfekte Ganzkörpermassage. Ladies, ich muss zugeben, ich bin ein wenig neidig, wenn ich euch hier so sitzen sehe. Ja, aber wir haben natürlich jetzt auch beide Parademodelle ganz einfach mal für Sie aufgebaut. Unser Premium-Luxus-Ganzkörpermassagesessel einmal in der Farbgebung schwarz. Und sehr, sehr schön, wie ich persönlich finde und ganz besonders hoch in der Gunst, bei unseren Kunden, natürlich die Farbgebung Champagner. Die übrigens genauso schön aussieht, auch nach zwei oder drei Jahren. Wir haben das Vorgängermodell hier vorne bei uns vom Studio stehen gehabt. Und natürlich haben die Kollegen sich auch gelegentlich reingesetzt, genauso wie ich auch. Und der sah auch nach gut zwei Jahren wirklich kontinuierlicher Benutzung immer noch hervorragend aus. Und da merkt man natürlich auch, von welcher Qualität man da im Einzelnen sprechen darf. Das ist Luxus pur, liebe Zuschauer. Und unser Ganzkörpermassagesessel ist definitiv genau das, was man haben möchte. Wenn man sich nicht unbedingt immer gleich auf die Termingebung von Massagestudios und dergleichen verlassen möchte. Wenn man ganz einfach den Luxus einer tollen Ganzkörpermassage jeden Tag auch zu Hause genießen will. Vivian, und ich glaube, da verspreche ich nicht zu viel, wenn ich hier von einer wirklichen Premium-Ganzkörpermassage spreche. Das ist richtig ein Erlebnis. So, das ist wie auf Wolke sieben schweben, liebe Zuschauer. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich liebe diesen Premium-Ganzkörpermassagesessel, denn der tut mir einfach gut. Und nicht nur, dass der meinen Rücken durchmassiert und meine Hände und meine Arme oder sogar auch die Füße. Das ist auch einfach gut für die Seele, zum Abschalten hier mal die Füße hochzulegen und sich zu entspannen. Und ich bin einfach nur begeistert. Und dieser Traum von Entspannung, der geht hier wirklich in Erfüllung. Und liebe Zuschauer, das zu einem sensationellen Preis. Dieses Premium-Massage-Modell kostet normalerweise 6.000 Euro. 6.000 Euro und er ist jeden einzelnen Cent dieser 6.000 Euro wert. Sie bekommen ihn heute zu einem Sensationstv-Sonderpreis von knapp 2.999,90 Euro, liebe Zuschauer. Premium-Massagesessel. Was heißt das? Was bedeutet das, Carsten? Wir haben ja ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten hier, individuell auf unseren Körper, auf unsere Bedürfnisse, den Massagesessel massieren zu lassen. Ja, und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie nur mal eben schnell eine Entspannung haben möchten, weil Sie vielleicht einen anstrengenden Tag hatten und sich einfach etwas gönnen wollen. Oder ob Sie vielleicht auch muskuläre Verspannungen mitbringen, körperliche Beeinträchtigungen, die im Laufe der Jahre ja nicht weniger werden, sondern je älter man wird, leider immer stetig zunehmen. Ich habe es leider auch schon festgestellt, dass mein Körper dann doch noch mittlerweile mit fast Mitte 40 dann auch noch ein, zwei Tage länger braucht zum Regenerieren. Sie haben das gesehen, wir haben Ihnen gerade Ausschnitte unter anderem von einer sensationellen Fußmassage gezeigt, die natürlich ebenfalls Bestandteil dieser tollen Massageprogramme ist. Tai Gua Sha, so nennt man das. Und das alleine ist schon mal eine Wohltat, denn hier wird auf sehr, sehr spektakuläre Weise mit einer jahrhunderte, jahrealten Tradition, die Fußsohle massiert, die Wade massiert, hinten natürlich auch die Ferse massiert und das ist einfach vom aller, allerfeinsten. Aber ganz klar muss man sagen, dass die 3D-Massage hier eine entscheidende Rolle spielt und das trennt natürlich auch die Spreu vom Weizen, Vivian. Man kennt mitunter schon mal diese Massagesessel, die man so für 2 Euro schon mal für 5 Minuten in den Einkaufszentren, in den Passagen genießen darf. Das ist eher so eine 2D-Massage, wo man natürlich auch ein bisschen Entspannung bekommt, klar. Aber ich glaube, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen hier, ne? Stimmt, das kann man überhaupt nicht vergleichen, liebe Zuschauer, das ist wirklich sensationell. Und wenn ich mir vorstelle, den hier als wunderbaren Fernsehsessel zu Hause zu haben, ein schönes Gläschen Rotwein, ein leckeres Abendessen und dann hier so ganz entspannt von dieser Position aus Fernsehen zu schauen, während mein Rücken hier richtig schön massiert wird. Tiefenwärme können Sie übrigens auch im Rückenbereich zuschalten. Das ist einfach sensationell. Und der Körper und der Geist, die spielen wirklich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und die spielen auch zusammen. Und das ist die perfekte Möglichkeit für beide abzuschalten. Und das jeden und jeden Tag, zu jeder Zeit und solange Sie möchten, das ist einfach ein Luxus, der in meinen Augen unbezahlbar ist. Und liebe Zuschauer, Sie sehen hier das gerade einmal, die 3D-Massage massiert Sie erst, wenn der Massagesessel einmal Ihren Körper gescannt hat. Und diesen Scan-Vorgang, den sehen Sie gerade einmal. Das heißt also, dieser intelligente Premium-Ganzkörpermassagesessel, der weiß ganz genau, wo Ihre Wirbelsäule entlangläuft. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn Sie sich neu reinsetzen, wird neu gescannt. Gerade für die Position, in der Sie sich befinden oder wenn vielleicht Ihr Partner oder Ihre Partnerin hier auch mal Platz nehmen will. Sensationell. Die Bestellnummer für die schwarze Farbvariante, die NC2384 und die 569. Ist dieses Modell? 2.999,90 Euro. Ein Wahnsinnspreis, denn bereits auf Pearl.de kostet der dann doch noch was mehr, auch wenn das schon ein sensationeller Preis ist. 6.000 Euro kosten die neu. Wir schauen gleich auch mal auf Pearl.de. Das ist nämlich wirklich eine tolle, tolle Preisersparnis. Knapp 3.400 Euro kostet der dort. Sie bekommen ihn für 2.999,90 Euro. Bitte, bitte schnell sein. Versandkostenfrei werden die Ihnen auch noch nach Hause geliefert. Allein sowas kostet ja normalerweise auch nochmal 100 bis 150 Euro. Damit haben Sie keinen Stress. Sie sollen sich entspannen. Und jetzt sind wir gerade bei dem beigen Modell. Ja, liebe Zuschauer, und das alleine ist schon mal ein absolutes Highlight. Auch farblich gesehen. Wir hatten das gerade eben zum Thema eingangs unserer Präsentation. Der schwarze ist natürlich farblich etwas unempfindlicher. Das liegt natürlich auch an diesem tollen, hochwertigen Kunstleder, was hier zum Einsatz gekommen ist. Kunstleder übrigens bewusst gewählt, weil es wesentlich langlebiger ist. Der ganze Sessel ist auf Langlebigkeit ausgelebt. Da werden Sie viele, viele, viele Jahre Freude daran haben. Und natürlich lässt sich ein Kunstleder auch immer deutlich einfacher ausreinigen. Deswegen möchte ich Ihnen auch die Scheu vor der etwas helleren Farbgebung nehmen. Anders als bei Autositzen, man kennt es mit den Streifen von der Jeans oder von der Hose, wird da definitiv hier die Farbe behalten. Und das auch viele, viele Jahre. Selbstverständlich können Sie alle Teile, die hier mit der Haut in Berührung kommen, ganz komfortabel auch per Reißverschluss aus dem Sessel herausnehmen. Und auch einer speziellen Reinigung zuführen, liebe Zuschauer. Die Presse ist voll des Lobes, muss man ganz klar sagen. Denn das ist definitiv ein Luxus vom aller, aller Feinsten. Und selbstverständlich bekommen wir 5 von 5 Sternen und damit eine absolute Kaufempfehlung. Mit einem Fazit, was sich wirklich sehen lässt. Der Nugent Medicals Premium Ganzkörpermassagesessel treibt es dann noch auf die Spitze und bietet wohl alles, was man von einem solchen Sessel erwartet. Damit ist das kurz und knapp zusammengefasst. Und diese 3D-Massage ist eben nicht nur ein Rollen über den Rücken, ein leichtes Schütteln, sodass man vermeintlich glaubt, entspannt zu sein. Hier geht die Rolle tatsächlich bis in die Tiefe hinein. Erreicht damit Muskelregionen, die mit einem anderen Massagesessel in keinster Weise vergleichbar sind. Und das führt natürlich dann auch zu ihrer Entspannung. Egal ob sie eine Knet-, eine Klopfmassage, eine Kombination aus beidem. Eine schöne Druckpunktmassage mit diesen tollen Massagekissen oder vielleicht auch einfach mal ein bisschen Wellness genießen möchten. Und das heute mit 400 Euro Preisvorteil gegenüber dem sowieso schon günstigen Preis unseres Mutterkonzerns Pearls. Und die bekommen heute, egal ob Neukunde oder bereits Bestandskunde, beide Sesselvarianten in Schwarz und in Champagner für 2.999,90 Euro. Auf den Champagnerfarbenen sollten Sie bitte noch 2-3 Tage warten können. Der ist in der Lieferung. Am 20. Februar erwarten wir da die nächste Lieferung unseres Premium-Ganzkörpermassagesessels in der Farbgebung Champagner, liebe Zuschauer. So, das war doch schon mal ein fulminanter Einstieg in die Welt der Bestseller, oder? Auf jeden Fall, liebe Zuschauer. Sichern Sie sich Ihren Massagesessel. Gerade bei dem Beige-Modell. Erste Lieferung komplett vergriffen. Die zweite erfolgt jetzt in Kürze. Die letzten Bestellistenplätze. Wir machen weiter für Sie. Durchatmen, Platz Nummer 9. Das tat einfach so gut. Wow. Also, liebe Zuschauer, das war sensationell. Aber sensationell geht es jetzt auch weiter. Nämlich mit unseren grandiosen Frischhalte-Dosen. Und jeder hier bei Pearl TV hat diese bereits zu Hause. Geht aus, liebe Zuschauer. Deshalb hier bitte auch schnell sein. Sie werden gleich auch den Vorteil dieser fantastischen Dosen erkennen. Und warum wir die alle haben und gar nicht mehr hergeben wollen. Das sind Borosilikat-Glasdosen, Carsten. Gastronomie-Qualität, Beständigkeit, Härte beständig, Hitze beständig, sensationell. Und das für 9,41 Euro hier im Sechser-Set. Und schauen Sie sich jetzt einmal bitte den Härtetest an. Da haut unser Hausmeister Jakob mal eben ein paar Nägel mit dem Borosilikat-Glas in die Euro-Palette hinein. Und das machen Sie mit keiner Kunststoffaufbewahrungsmöglichkeit und garantiert auch nicht mit normalem Glas. Und daran sieht man natürlich hier auch mal die richtig dicken Zimmermannsteile jetzt hier. Die benutzt man normalerweise für richtig hartes Holz. Und Sie sehen, unsere Aufbewahrungsmöglichkeiten machen das mit. Warum machen Sie es mit? Ganz einfach, perfekte Gastro-Qualität. Die alleine schon von minus 40 bis plus 400 Grad in diesem Temperaturbereich wirklich alles mitmacht, was man sich in diesem Bereich vorstellen kann. Dass hier keine Kratzer entstehen oder Sprünge im Glas entstehen. Das haben wir, glaube ich, gerade sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Also das ist wirklich Spitzenklasse. Für den Backofen natürlich, für den Gefrierschrank, für den Kühlschrank selbstverständlich, für die Mikrowelle auch mal für ein Stöfchen. Und wenn Sie möchten, nehmen Sie es gleich aus der entsprechenden Gefriertruhe raus und machen es im Backofen heiß. Und anschließend wird es direkt in dieser Schale serviert. Guck mal hier, was der alles mitmacht. Das ist ja ein Knaller. Wow. Das nenne ich wirklich Robustheit, liebe Zuschauer. Das ist sensationell. Das beeindruckt mich selber gerade. Das ist hygienisch und vor allem sehr, sehr hitzebeständig. Minus 40 Grad, das heißt super zum Gefrieren, bis plus 400 Grad. Und das in einem einzigen Glasdöschen. Jetzt kommen wir zur Hitze, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich das an mit dem Flammenwerfer. Hier an die Dose. Kein Problem. Sensationell. Das heißt für Sie zu Hause, Sie können hier Ihre Lebensmittel gefrieren. Von der Gefriertruhe direkt in den Kühlschrank legen. Von dem Kühlschrank direkt in die Mikrowelle oder in den Backofen oder sogar auf den Grill. Plus 400 Grad Celsius halten die aus. Und das Schöne ist, dass Sie hier so ein großes Set bekommen. Das sind jetzt die quadratischen. Ja, richtig. Würde ich sehr, sehr empfehlen, direkt in die Leitung zu gehen. Geht aus. Die letzten Stückzahlen. Die NX 91 62 und die 569 hier die Bestellnummer. Und Sie bekommen hier auch noch. Das geht doch jetzt nicht, oder? Nee, das macht er nicht wirklich, oder? Oh, 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 oh. Hat ihm jemand gesagt, dass da vorne ein Aufbewahrungsbehälter vor seinem Reifen liegt? Spätestens jetzt wird er es wahrscheinlich merken. Da ist jetzt auch der Punkt erreicht, wo wahrscheinlich auch jede Kunststoffaufbewahrungsmöglichkeit hier den Geist aufgeben würde. Wahrscheinlich in 1000 Teile, dass das springen würde. Oder ganz einfach platt wäre, wie eine Flunder. Hier fahren wir mal eben mit einem Kleinwagen drüber. Und so wie das aussieht, hält sowohl das Glas, das Borosilikatglas, als auch entsprechend der Deckel genau diese Belastung aus. Und ich glaube, schlimmer kann es auch nicht unbedingt in der Aktentasche Ihres Göttergattens zugehen. Oder vielleicht auch mal im Schulranzen Ihres Sohnes. Und glauben Sie mir, da weiß ich, das ist mitunter eine Belastungsprobe für Mensch und Material. Da sehen wir, wie hart tatsächlich das Material ist, wie hervorragend die Eigenschaften auch für Sie in der Küche vonstatten sein können. Und da kann man wirklich alles aufbewahren, alles zubereiten und anschließend direkt servieren. Spalten natürlich auch entsprechend dann. Die NX91-62 und die 569, liebe Zuschauer, die gehen beide aus. Wir kommen jetzt zu der zweiten Variante. Hier empfehlen wir Ihnen wirklich direkt beide zu stellen. Geht aus. Es kann sein, dass das jetzt wirklich die letzte Präsentation ist, die letzte Möglichkeit, bei den Frischhaltedosen zuzuschlagen. Jetzt sind wir bei dem großen Set. Wie gesagt, ich würde beide nehmen, weil man zum einen natürlich quadratische Lebensmittel hat oder beziehungsweise runde, die einfach besser in solche Dosen reinpassen, zum Beispiel Schinken, Aufschnitt oder dergleichen. Und wir haben die quadratischen. Und Carsten, da gefällt mir ganz besonders die 1500 Milliliter Variante für Lasagne oder für einen Fisch zum Beispiel, den man direkt im Kühlschrank oder im Gefrierschrank quasi einfrieren kann. Den man dann aber theoretisch auch im Backofen aufheizen oder auf dem Grill sogar garen kann. Sensationell. Übrigens, schauen Sie sich hier auch mal die Ränder an. Die sind so ganz, ganz toll gemacht, dass Sie hier auch auf jeden Fall ganz toll reinigen können. Hier sehen Sie nochmal die Härte- und Hitzebeständigkeit dieses Borosilikatglases. Gastronomiequalität, die Sie bekommen. Und das Schöne ist, an dieser Stelle würde ich einfach mal die alten Frischhaltedosen vielleicht auch aussortieren. Man weiß ja, das alte Kunststoff, gerade in der Mikrowelle, ist nicht gut. Dementsprechend können Dämpfe entstehen, die einfach gesundheitsschädigend sind. Sortieren Sie mal aus. Holen Sie die alten mal raus. Sie sind wahrscheinlich sowieso schon zerkratzt und vielleicht auch ein bisschen von der Farbe angelaufen. Diese liebe Zuschauer werden Sie die nächsten Jahre haben und lieben. Und das Schöne ist, kaum Abwaschgefäße, die Sie überall nutzen können. Die NX 91, 63 und die 569, das 8-teilige Set. Sensationell. 370 Milliliter, 650, 1000 und 1500 Milliliter. Hier bitte direkt beide bestellen. Die Bestellnummer sehen Sie eingeblendet. Liebe Zuschauer, das ist absolut perfektes Material. Und Sie kennen das, die ganzen Kunststoffbehältnisse. Irgendwann sind sie zerkratzt, da können Sie mit keiner Gabel, mit keinem Messer rein. Die hier machen wirklich alles mit. Und mich hat das Beispiel mit dem Auto schwer beeindruckt, muss ich zugeben. Mich auch. Mich beeindrucken aber generell diese Dosen. Sollten Sie auf jeden Fall testen. Bitte schnell sein und in die Leitung gehen. Für Sie geht es jetzt weiter mit Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 haben wir jetzt perfekte Sicherheit für Sie. Wir reden von einer HD-IP-Kamera. Karl, was musst du erklären? Ja, das ist natürlich genau das Richtige, was man jetzt braucht, um einfach das Gefühl von Sicherheit zu haben. Nicht nur das Gefühl von Sicherheit, sondern eben ganz einfach die Sicherheit zu genießen, dass man eben zu Hause alles unter Kontrolle hat. Egal, ob ich jetzt im Zimmer nebenan bin, zum Beispiel im Schlafzimmer und mal eben gucken möchte, ob im Wohnzimmer alles in Ordnung ist. Oder ob ich jetzt eben von mir aus auch mal am anderen Ende der Welt unterwegs bin, um vielleicht auch dort ganz gerne mal zwischendurch in meinem Urlaub während meines Auslandsaufenthaltes ganz einfach mal zu schauen, ob zu Hause denn wirklich noch alles in Butter ist. Oder ob ich vielleicht tatsächlich schon die Kavallerie losschicken muss. Das ist unsere neue HD-IP-Kamera, die man weltweit natürlich hier gerne mit einbinden kann. Das heißt, Sie können von jedem Computer der Welt aus, vorausgesetzt, er hat einen Internetzugang und von jedem Smartphone und von jedem Tablet-Computer hier auf das Live-Bild der Kamera zugreifen. Und vor allen Dingen sehen wir hier gerade schon sehr eindrucksvoll, das ist so eine Art Demo-Modus, wie flexibel die Kamera eingesetzt werden kann. Das heißt, du platzierst sie entweder direkt auf dem Tisch, kannst sie aber auch mal an der Decke oder an der Wand befestigen, hast natürlich hier die Internetantenne mit dabei. Und hier sehen wir den Kopf, der sich in alle Richtungen drehen und schwenken kann, mit einem ordentlichen Weitwinkelblick, sodass man hervorragend hier ganz einfach mal schauen kann, ob auch im letzten Winkel vielleicht ganz einfach mal ein entsprechender Langfinger gerade versucht, an irgendeinen Wertgegenstand bei Ihnen in der Wohnung dran zu kommen. Das Kerlchen funktioniert bei Helllicht im Tag genauso gut wie in der Dämmerung und natürlich auch in der Dunkelheit, liebe Zuschauer. Denn hier haben wir sogar die Infrarot-Nachtsicht-LEDs mit dabei und die alleine haben schon eine Reichweite von locker bis zu 10 Metern. Das heißt, tagsüber und auch in der Nacht haben sie alles bestens im Blick und können natürlich auch mal einen potenziellen Einbrecher nach dem Verstand fragen, wenn sie einen entdecken, wenn die Anlage Alarm ausgelöst hat. Denn sie haben hier gleichzeitig eine Zwei-Wege-Kommunikation. Das bedeutet, sie hören, sie sehen nicht nur, sie hören also auch, was in dem Raum passiert, in dem sie die Kamera aufgestellt haben. Und sie können auch gerne mal einen netten Spruch ablassen und sagen, hör mal, mein Freund, die Polizei ist alarmiert. In zwei Minuten siehst du das Blaulicht und hörst die Sirenen draußen vor der Tür. Es wäre also jetzt an der Zeit, das Weite zu suchen, wenn du nicht in den nächsten Jahren gesiebte Luft atmen möchtest, ja? 66,41 Euro. Ich kann mir das auch super vorstellen, wenn man zum Beispiel die Kinder oder die Enkelchen zu Hause hat, wenn die das erste Mal alleine bleiben sollen. Oder wenn man zum Beispiel mal was essen geht und schauen will, was machen die denn da eigentlich gerade. Sensationell. Sie können ja dementsprechend auch was sagen. Sie können ja eingreifen und sie hören ja auch alles durch die Kamera. Dann auch toll für Haustiere zum Beispiel. Wenn die Haustiere vielleicht die ersten Male alleine sind, dann kann man dementsprechend ja auch noch mal was dazu sagen. Das ist einfach eine tolle Möglichkeit, sicher zu sein. Und um natürlich auch noch ein paar Dinge zu schauen. Wenn ich mir vorstelle, man fährt in den Urlaub, man fragt den netten Nachbarn, ob der mal eben die Blumen gießen kann. Dann geht er in die Wohnung rein und dann sieht man das und kann dann grüßen. Bitte denk auch an die, eine wunderbare... Machst du auch meinen Ficus Benjamini da hinten im Eck. Der braucht nämlich ganz besonders viel Wasser. Und bitte auch den Bonsai nicht vergessen, der war teuer. Was meinst du, was der Nachbar denkt, woher die Stimme kommt? Der denkt wahrscheinlich, der hat Hallos oder sonst irgendwas. Das letzte Bier vom Vorabend war schlecht oder sowas. Aber es ist natürlich ganz einfach so, dass man nicht nur aufgrund der Diskussion in den letzten ein, zwei Jahren, ausgelöster durch diesen ominösen Silvesterabend in der Jahreswende 2015, 2016, einfach ein gesteigertes Bedürfnis an Sicherheit hat. Es ist seit Jahrzehnten so, dass natürlich speziell die dunklen Monate, sprich also die Winterzeit, ganz gerne mal von Einbrechern, auch gerne mal von organisierten Banden genutzt werden, um da im Schutz der Dunkelheit ganz einfach mal nach Wertgegenständen zu suchen. Und jetzt denkt man natürlich als Hauseigentümer, als Wohnungsbesitzer oder auch als Mieter, so eine Überwachungsanlage kostet dann schon mal ein kleines Vermögen. Das war sicherlich auch mal so. Aber heutzutage bekommst du für 66,41 Euro eine voll flexible, hochauflösende Kameralösung für zu Hause, die du jederzeit in dein Netzwerk einbinden kannst. Natürlich gerne per Kabel oder gerne auch per WLAN. Das geht also auch kabellos. Und sie können eben hier mit einer kostenlosen Applikation jederzeit ganz einfach von ihrem Smartphone aus mal kurz auf die entsprechende Situation bei Ihnen zu Hause oder dort, wo Sie sie einsetzen möchten, schauen. Und das natürlich auch von jedem Computer aus, also auch mal vom Computer in einer Hotellobby zum Beispiel. Wenn Sie da nicht ganz sicher sind, ist da zu Hause noch alles in Butter, schauen Sie ganz einfach mal nach. Sie werden aber auch gewarnt, wenn der Bewegungsmelder hier denn eine Bewegung registriert. Und auch der ist sehr zuverlässig mit einer ordentlichen Reichweite, sodass Sie sofort wissen, wenn sich zu Hause irgendetwas tut, wenn es nur die Katze ist, umso besser. Wenn es der Einbrecher ist, haben Sie volle Kontrolle drüber. Und das ist ein sehr sicheres Gefühl. Damit können Sie ganz sicher ruhiger schlafen, egal ob zu Hause oder eben unterwegs. Die NX4301 und die 569, hier Ihre Bestellnummer, die HD-IP-Kamera mit Nachtsicht. Zudem die Möglichkeit, über eine Zwei-Wege-Kommunikation vielleicht auch zu antworten und zu hören, was da gerade passiert. Hier sehen Sie nochmal die Möglichkeiten, wie die Kamera sich dreht und ausrichtet, um natürlich alles einzufangen. Und für 66,41 Euro, liebe Zuschauer, wird der Traum der Sicherheit, der Überwachung jetzt wirklich wahr. Knapp 150 Euro kostet diese Kamera normalerweise. Ich glaube, für 66,41 Euro sollte jetzt wirklich jeder zuschlagen. Unter der Bestellnummer NX4301 und der 569, Ihre HD-IP-Kamera. Das war wirklich ein ganz, ganz fantastischer Platz, muss ich sagen. Greifen Sie hier bitte an dieser Stelle auch zu. Und wir hören aus der Regie, bitte bei den Frischhalte-Dosen auch schnell sein. Es geht weiter im Ranking, Platz Nummer 7. Und ich würde sagen, Sicherheit, dieses Thema gefällt uns so gut, dass wir hier direkt mal bleiben. Jetzt gehen wir aber vom Haus, dankeschön, liebe Diana, direkt ins Auto. Und seit dem neuen Jahr haben sich die Gesetze ja bezüglich Smartphones, Handys im Auto nochmal was verschärft. Ich kann Ihnen sagen, mir ist es selbst leider Gottes auch schon passiert. Ich habe damals 60 oder 80 Euro bezahlt und ein Pünktchen bekommen. Ich habe natürlich nicht telefoniert, aber das Smartphone in der Hand gehabt. Sie wissen, es sind blöde Ausrede, aber naja, es war so. Jetzt wird es noch teurer. Und es geht natürlich nicht nur um das Geld, sondern vor allem um die Sicherheit, liebe Zuschauer. Ein Blindflug, Hände weg vom Handy, hier sehen Sie das. Bei einer Geschwindigkeit von 40 kmh fahren Sie knapp 77, 78 Meter, ohne dass Sie was sehen. Sieben Sekunden Blindflug. Dann bei einer Geschwindigkeit von 80 kmh knapp 156 Meter. Und bei 130 kmh, gar nicht dran zu denken, sind das 253 Meter ungefähr, die Sie hier im Blindflug fahren. Und da geht es nicht ums Geld, da geht es um Ihre Sicherheit, dass Sie sicher ankommen. Und ich weiß, dass gerade auch die Jugendlichen einfach das Smartphone ungern weglegen. Ist auch kein Problem, es besteht die Möglichkeit, dass Sie hier beides kombinieren können. Und das völlig legal und auch sicher für 10 Euro für jedes Smartphone, äh, für jedes Smartphone, wollte ich sagen, das auch. Vor allem aber für jedes Auto. Das heißt, viele, viele Fahrzeuge sind vielleicht nicht mit so einem tollen Freisprechsystem ausgerüstet. Hier haben Sie die Möglichkeit, für ganz, ganz kleines Geld nachzurüsten. 10 Euro, die HZ 2718 und die 569. Und das Schöne ist, Sie können diesen Freisprecher wirklich überall benutzen. Sie können ihn natürlich von einem Fahrzeug zum anderen mitnehmen. Wir werden Ihnen gleich auch noch das Beispiel zeigen, wie Sie ihn hervorragend hinter der Sonnenblende befestigen können. Der hat einen wirklich spitzenmäßigen Lautsprecher und auch ein fantastisches Mikrofon verbaut. Und das kann man auch gerne mal mit ein paar Meter Abstand zur eigentlichen Freisprecheinrichtung nutzen. Auf jeden Fall der Abstand von Ihrem Mund, wo der Schall natürlich rauskommt, hin zum Mikrofon der Freisprechanlage. Der ist vollkommen ausreichend. In der Regel ist das vielleicht ein Meter, Meter 50 Abstand bis dahin. Ich habe ihn auch schon mal in der Küche getestet, habe ihn ganz einfach mal zu uns auf die Dunstabzugshaube gelegt und auf Stufe 3 gestellt. Habe dann anschließend telefoniert, während ich meinen Milchreis dabei umgerührt habe. Und ich habe also grundsätzlich fantastische Möglichkeiten damit entdeckt. Natürlich ist das ein Kfz-Freisprecher, liebe Zuschauer. Denn das Doofe ist, der deutsche Gesetzgeber hat jetzt zum Januar 2017 auf 100 Euro erhöht, plus einen Punkt in Flensburg. Die Gebühren kommen natürlich auch dazu und das ist nicht zu verachten. Empfehlung der Redaktion, liebe Zuschauer. Aber Fazit, in Ihrem Fahrzeug legal und bequem telefonieren, das Callstyle-Bluetooth-Freisprechsystem macht es möglich. PC-Magazin, das ist wirklich eine fantastische Pressestimme, die Sie hier gerade sehen dürfen für ein super Produkt, das normalerweise auch deutlich teurer ist. Kostet knapp 50 Euro im Handel, Sie bekommen dieses Freisprechsystem jetzt für 10 Euro. Und an dieser Stelle greifen Sie bitte auch gleich mehrfach zu, wenn Sie Kinder, wenn Sie Enkel haben, Jugendliche im Bekanntenkreis, wenn Sie sich auch immer Gedanken darüber machen, lassen die die Hände weg vom Smartphone, dann bestellen Sie einfach so ein Freisprechsystem hier für 10 Euro. Sie sparen heute 80 Prozent und dann wissen Sie definitiv, es kann telefoniert werden. Die Kinder, die freuen sich und Sie können vor allem sicher und beruhigt schlafen, weil Sie ganz genau wissen, das Smartphone oder die Hände vom Smartphone werden jetzt weggelegt. Die HZ 2718 und die 569, Ihre Bestellnummer, total fantastisch auch mit der Geräusch- und Echo-Unterdrückung. Das ist wirklich ein Freisprechsystem, wie man das haben möchte. Und das für 10 Euro. Sie sehen also wieder tolle Preise, tolle Produkte für Ihre Sicherheit, aber auch für Ihren Komfort, die wir hier in diesem Ranking der Highlights haben. Und wir möchten Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Platz Nummer 6. Karsten, wir bleiben bei Sicherheit und wir bleiben auch beim eigenen Auto, würde ich sagen. Denn hier kommen wir zum nächsten Produkt, das wir auch wirklich jedem, jedem, jedem wärmstens empfehlen. Denn auch hier geht es wieder um Ihre maximale Sicherheit beim Fahren. Das ist eine Dashcam. Ja, ganz genau. Und das Prinzip der Dashcam, liebe Zuschauer, finde ich gerade jetzt in den Wintermonaten unglaublich interessant. Denn gerade jetzt der Winter oder jetzt speziell diese Jahreszeit hat natürlich mitunter ihre Tücken. Ja, wir haben das im November erlebt. Da ist sicherlich mal der ein oder andere vielleicht noch mal Meter weiter gerutscht beim Bremsen, als das eigentlich vorhatte. Alleine durch das ganze Laub auf der Straße. Jetzt im Moment schwankt das Wetter immer so ein Stück weit um die 0 Grad. Das heißt, wir haben in den Abend und in den Nachtstunden mitunter auch schon mal Frost. Tagsüber ist es ganz einfach auch ein bisschen glatter auf der Straße. Durch mitunter überfrierende Nässe oder vielleicht auch mal der ein oder andere Schneegraupelfall, den man da hat. Und schauen Sie sich das mal an, bitte. Also gerade solche Aufnahmen findet man im Internet zuhauf. Und nicht nur im eigenen Fahrzeug oder mit dem eigenen Fahrzeug kann mal was passieren. Manchmal ist auch ein anderer Verkehrsteilnehmer dankbar, wenn eine Kamera die Situation, die zu einem Unfall geführt hat, ganz einfach mal aufgezeichnet hat. Denn Recht haben und Recht bekommen ist, glaube ich, nicht nur bei uns in Deutschland ein riesengroßes Problem. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es von mir speziell auch, dass natürlich dann, wenn man einen Unfall nicht verschuldet hat, aber trotzdem im Unfallbericht auf Position Nummer 1 steht oder vielleicht sogar bei einer Gerichtsverhandlung sich rechtfertigen muss und leider kein Recht bekommt, wenn man alleine zum Beispiel im Fahrzeug war und aus dem anderen Fahrzeug vier Personen ausgestiegen sind, dann ärgert man sich nicht nur zwei, drei Tage drüber über eine... Ei, 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 es wird zwar Zeit zu bremsen. Ja, das hat ein Stück Kniescheibe gekostet. Aber sie zeigt sich da völlig unbeeindruckt. Ich glaube, die Herrschaften hier kommen nicht ganz so glimpflich. Oh Gott! Das hat immer ein Glück gehabt, ne? Ja, das ist wie eine Katze, die hat neun Leben, glaube ich, hier. Also das hätte ein paar Zentimeter weiter links wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so glimpflich geendet, liebe Zuschauer. Sie merken, der Straßenverkehr hat für alle Verkehrsteilnehmer definitiv Tücken. Ich möchte wetten, der Haut mit der Schaufel jetzt vorne vors Auto. Jawohl, ah! Das sind natürlich Ausmaße, liebe Zuschauer, mal eben schnellen Schaden von ein paar hundert Euro, wenn sich nur vorne der Stoßfänger verformt hat. Wenn Sie Pech haben, ist das ganze Auto verformt, so wie hier beispielsweise. Da kann man wirklich nur hoffen, dass es beim Blech und beim Gummi bleibt. Wenn da Personen zu Schaden kommen, möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Und wenn Sie dann schuld sind, ob sowohl Sie es nicht schuld waren, obwohl Sie nicht der Verursacher waren, dann geht natürlich dann einiges nach hinten los. Da kommt ein ganzer Rattenschwanz und dergleichen. Mitunter zahlt man ein Leben lang für Verletzungen, die ganz einfach im Straßenverkehr entstanden sind, die man vermeintlich selber verursacht hat. Es ist ein Schutz für Sie selber. Nicht nur für eine schöne Streckenaufzeichnung, denken wir auch mal an das Positive, sondern natürlich auch speziell für eine Unfallsituation. Und das bitte nicht nur in den Wintermonaten. Gerade auch im Sommer durch eine Sonnenblendung beispielsweise hat man immer das Problem, dass man dann immer in der Beweispflicht ist, wenn ein Unfall passiert ist. Da weiß man nicht wirklich, bin ich jetzt noch bei Geld drüber oder habe ich ein Stoppschild, ein Vorfahrtsschild übersehen. Diese Kamera lügt aber nicht. Die zeigt Ihnen ganz klar die Situation und das mit einem schönen Weitwinkelobjektiv. Das heißt hier also auch mal den Straßenrand und die Himmelsstimmung, sodass Sie natürlich im Bedarfsfall ganz einfach auf die Aufnahme zurückgreifen können. Und das Oberlandesgericht in Stuttgart hat 2015 schon, so lange ist das mittlerweile schon her, mittlerweile auch die Aufnahmen einer solchen Dashcam zur Unfallermittlung zugelassen. Bewegungsmelde hat er natürlich. Eine LED-Beleuchtung ist ebenfalls noch mit dabei. Für die Dämmerung super. Um mal Verkehrsschilder, Kfz-Zeichen, die speziell leuchten, super zu erkennen. Zeit-Datum-Stempel natürlich ebenfalls dabei und das für noch nicht mal 30 Euro. Das ist Spitzenklasse. 28,41 Euro, liebe Zuschauer. Eine sensationelle Dashcam, die Sie bekommen. Zum einen natürlich die Sicherheit, die mitfährt. Und es gibt ganz oft Situationen, die zum Beispiel auch im Alltag passieren. Das ist mir selbst auch schon passiert. Da bin ich durch die Düsseldorfer Innenstadt gefahren und da ist ein Fahrzeug vor mir einfach in eine Parklücke eingeschert. Hat nicht geblinkt, einfach nur gebremst. Ja, und ich bin dementsprechend natürlich dem Fahrzeug vor mir drauf gefahren. Sah natürlich im ersten Blick aus wie ein Auffahrunfall. Ich hatte das Glück, dass dementsprechend der Fahrer des zweiten Fahrzeugs direkt ganz klar gesagt hat, okay, das war mein Verschulden. Sonst wäre ich natürlich diejenige gewesen, die den Schaden hätte zahlen müssen. Weil wie hätte ich beweisen sollen, dass ich ihm nicht aufgefahren bin, einfach so, sondern dass der Fehler von ihm auskam. So eine Dashcam, liebe Zuschauer, die beweist das alles. Zudem auch die Möglichkeit, tolle Aufnahmen generell mal so zu machen. Empfehlung der Redaktion. Schnell montiert entliefert die Navgear Dashcam nicht nur spannende Filme der eigenen Fahrt, sondern punktet vor allem durch den G-Sensor und die schreibgeschützte Speicherfunktion. Die NX 4249 und die 569, die Bestellnummer, sie sparen 72%. Kostet normalerweise knapp 100 Euro. 28,41 Euro jetzt für Sie. Hier bitte auch schnell sein Zugreifen. Auch für Fahranfänger super geeignet, um dann dementsprechend nachher mal auszuwerten, wie denn das Fahrverhalten ist oder ob man nochmal üben muss. Wir kommen zur Halbzeit und Platz Nummer 5. Ja, liebe Zuschauer, und auf Platz Nummer 5 haben wir in Richtung die Guest Highlights. Das ist ein absoluter Bestseller, der auch bereits mehrfach, danke Diana, innerhalb von wenigen Tagen vergriffen war. Wir reden von dem HDMI-Videorekorder namens Game Capture V2. Und Kaff, was kann dieses Zigarettenschachtel-große Gerät alles? Das ist ein Aufnahmemedium vom aller, aller feinsten, so wie man es früher mit einem VHS-Rekorder kann, mit einem DVD-Rekorder oder auch heutzutage mit einem Festplatten-Rekorder für digitale Dateien. Da fängt man allerdings so bei, gerade wenn man das letzte Mal nimmt, so mal 250, 300 Euro mit der Suche an, wenn man einen vernünftigen Speicher haben möchte. Dieser kleine Kerl ist da ziemlich stur und auch ziemlich stuisch, denn der nimmt 1 zu 1 das auf, was unverschlüsselt auf einem PC-Monitor, auf einem Konsolenmonitor oder auch ganz einfach auf dem Fernsehbildschirm ausgehend von deinem SAT-Receiver oder von deinem Kabel-Receiver zu sehen sein wird. Und dafür wird das Signal ganz einfach nur durchgeschleift und das über die beiden HDMI-Ein- bzw. Ausgänge. Das heißt, wenn wir jetzt mal von normalem Fernsehprogramm sprechen, gehst du ganz einfach von deinem SAT-Receiver nicht direkt in den Fernseher rein mit deinem HDMI-Kabel, sondern erstmal in den Eingang des HDMI-Videorekorders und dann mit einem zweiten Kabel aus dem HDMI-Videorekorder raus in den Fernseher rein. Dann entsprechend natürlich jetzt hier auch bitte einen Speicher andocken. In dem Fall nehmen wir uns hier ganz einfach mal einen USB-Stick. Das könnte jetzt auch eine externe Festplatte mit bis zu 2 TB Gesamtvolumen sein. Und wenn ich jetzt etwas Schönes entdecke, was mich begeistert, was ich gerne mal auf die Schnelle aufnehmen möchte, muss ich nichts weiter tun, als einfach nur hier kurz auf den Knopf zu drücken. Man sieht also auch den Aufnahmestart anhand dieser LED, die von blau zu rot wird von der Farbgebung her. Und schon nimmst du 1 zu 1 auf. Das, was hier auf dem Fernseher gezeigt wird, vorausgesetzt, es ist unverschlüsselt. Also es ist denkbar einfach. Wenn du möchtest, kannst du das Geschehene sogar noch kommentieren über den entsprechenden Mikrofonanschluss. Du kannst das Ganze auch für dich persönlich behalten, indem du ganz einfach auch mal einen Kopfhörer andockst. Und wenn du beispielsweise aus so einem Fernsehfilm auch mal die lästige Werbung rausschneiden möchtest, dann kannst du das tun. Wir sehen hier gerade auch Beispiele von der mitgelieferten Software, die bei jedem Windows-Rechner ganz hervorragend funktioniert. Du kannst natürlich auch jederzeit gerne mal andere HDMI-fähige Geräte andocken, zum Beispiel auch mal einen Camcorder zum Beispiel, wenn du jetzt mal eben eine schnelle Kopie machen möchtest. Und das Ganze funktioniert hier eben auch ganz einfach mal ohne PC, ohne dass du irgendwelche Kenntnisse von Schnittprogrammen oder von sonst irgendwas brauchst. Das ist absolut intuitiv von der Bedienung her und denkbar einfach und vom Ergebnis her absolut zufriedenstellend. Übrigens können wir hier bis zu einer Qualität von Full HD gehen. Das heißt, wenn das Ausgabemedium zum Beispiel deinen Sat-Receiver Full HD ausgibt oder auch mal deinen Camcorder, wird hier also auch Full HD von der Auflösung her auf dem entsprechenden Stick oder auf der Festplatte gespeichert. Sehr interessant ist es natürlich auch mal für den einen oder anderen Teenager, der vielleicht mal ein schönes Spielgeschehen ganz einfach mal aufzeichnen möchte. Die Playstation 4 zum Beispiel macht das von Hause aus gerne, wenn sie möchten. Alle anderen Spielekonsolen haben meines Wissens diese Funktion nicht. Und egal, ob man jetzt Videospiele mag oder nicht, ich persönlich stehe manchen Spielen auch ein bisschen skeptisch gegenüber, aber die Jugendlichen heutzutage finden das großartig, ihre Rekorde mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen. Da gibt es richtige Berühmtheiten. Fragen Sie mal meinen Sohn, vielleicht haben Sie auch so einen Teenager zu Hause, der ganz gerne mal schaut, was andere denn so treiben an ihrer Konsole mit ihren PC-Spielen. Und ich denke, das dürfte auch für Jugendliche ein sehr interessanter Artikel sein. Deutlich günstiger, glaube ich, als jedes andere Aufnahmemedium derzeit auf dem deutschen Markt. Die NX 4254 und die 569, ihre Bestellnummer. Sie sparen heute 48 Prozent. Kostet normalerweise knapp 200 Euro, der Game Capture V2. Liebe Zuschauer, Sie bekommen den für 104,41 Euro. Und Carsten, ich musste gerade schon so ein wenig lächeln, als du darüber erzählt hast. Ich habe ja auch einen 16-jährigen Bruder und heutzutage geht man nicht raus und malt sich mit Kreide ein Haus, zum Beispiel auf die Straße, in dem man dann spielt. Heutzutage trifft man sich online. Da spielt man, da möchte man dementsprechend auch teilen, was gerade so passiert oder wie man was macht. Und das ist einfach die perfekte Möglichkeit hier. Ich würde sagen, für Groß und Klein ganz, ganz viel Fernsehspaß zu kombinieren. Zum einen natürlich der Game Capture. Das heißt, hier die Möglichkeit, natürlich das Spielgeschehen aufzunehmen. Zum anderen aber auch für die Erwachsenen natürlich ganz, ganz viel Luxus. Denn man kann alle Lieblingsserien, alle Lieblingsfilme oder natürlich auch andere Ausschnitte im Fernsehen super einfach aufnehmen. Die NX 4254 und die 569, die Bestellnummer 104,41 Euro. Ein sensationeller Preis für den Game Capture V2. Ich bin begeistert. Ich finde das Ding absolut fantastisch, liebe Zuschauer. Ich habe noch bis jetzt keine nennenswerte Chance gehabt, da überhaupt mal einen mit nach Hause zu nehmen. Denn bis jetzt war der fast immer ausverkauft. Und insofern bin ich recht froh, dass wir jetzt endlich mal wieder eine vernünftige Menge anbieten dürfen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, auch wenn unsere Geschäftsleitung von Anfang an nicht wirklich daran geglaubt hat, dass das ein Artikel ist, der sehr begehrt ist. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, auch jetzt zum neuen Jahr, so kurz vor Karneval, muss man ja wirklich mittlerweile fast sagen, ist das ein Artikel, der gerne bestellt wird. Erst recht für diesen Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Bitte denken Sie an den externen Speicher. Wenn Sie noch keinen haben, haben wir Sticks und externe Festplatten natürlich auch für Sie im Programm. Sehr interessant natürlich auch über die Software intuitiv zu bedienen. Ein schöner Artikel werde ich mir auch mal mitnehmen. Die NX 4254 und die 569 104,41 Euro. Ihr HDMI-Videorekorder Game Capture V2. Der kann alle unverschlüsselten Verbindungen aufzeichnen, liebe Zuschauer. Und auch das Spielgeschehen natürlich festhalten. Sie sehen tolle Highlights, die wir haben. Jetzt geht's weiter für Sie mit Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 können Sie richtig gut durchatmen. Das ist ein Luftreiniger, liebe Zuschauer. Und gerade der Winter hat einfach seine Tücken. Sie kennen das wahrscheinlich. Die Nase, die läuft. Oder die Augen, die vielleicht brennen. Oder die Schmerzen, die Tränen. Und die Atemwege. Ich muss ja selbst sagen, ich hab das auch. Diese Reizhusten, die man die ganze Zeit hat. Diese trockene Luft zu Hause. Die Luft ist einfach nicht gut. Aber man möchte nicht so oft Stoßlüften. Kostet ganz, ganz viel Geld. Richtig. Bezüglich der Heizkosten. Deshalb geht das Ganze besser mit einem Luftreiniger. Denn der reinigt Ihnen effektiv Ihre Raumluft zu Hause. Und das für 18,91 Euro. Und das ist unser perfektes Einstiegsmodell, liebe Zuschauer. Ich glaube, es gibt keinen Mitarbeiter von Pöll, der nicht mindestens einen zu Hause hat. Ich habe ihn mir 3-mal mittlerweile gegönnt. Nicht, weil der so schwer ist oder was. Der wiegt fast gar nichts hier. Und hält locker bis zu 100 Quadratmeter. Ich war einfach nur zu faul, den von einem Raum mit in den anderen mitzunehmen. Ich habe mittlerweile einen in der Küche, einen im Schlafzimmer und auch einen im Badezimmer stehen. Küche und Wohnraum ist bei uns so eine mehr oder weniger so eine Schnittmenge, wird man in der Mathematik dazu sagen. Und der reinigt mir zuverlässig sämtliche kleinsten Partikel aus der Raumluft heraus. Und ich hätte das vor einigen Jahren gar nicht für möglich gehalten. Gerade so im Frühjahr bin ich ein sehr, sehr anfälliger Patient für diesen Heuschnupfen, gerade wenn die Birken austreiben. Da kann ich also fast eine Woche lang kaum noch aus den Augen gucken. Das ist natürlich Spitzenklasse, das nimmt der alles weg. Momentan ist Erkältungszeit. Auch die Viren und Bakterien zieht der die hervorragend und zuverlässig aus der Luft raus. Und natürlich ist das auch eine fantastische Waffe, alleine gegen unangenehme Gerüche zu Hause. Und du hast gerade was angesprochen. Im Sommer kannst du mal ein paar Stunden Fenster und Tür offen lassen. Mal mit ein bisschen Durchzug hast du die Gerüche von ein, zwei Stunden aus der Bude raus. Im Winter ist es zu kalt draußen. Du hast geheizt, das hat alles Geld gekostet. Aber trotzdem möchtest du kochen. Hast Haustiere, vielleicht raust du auch mal in der Wohnung. Ja, und das sind alles so Gerüche, die möchtest du nicht unbedingt haben. Die nimmt er dir zuverlässig aus der Raumluft raus. Und das in Windeseiler. Also ich bin begeistert, wie er seine Arbeit tut hier. Und das flüsterleise mit kaum nennenswertem Verbrauch. Das ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Und das für 18,91 Euro. Spitze. Liebe Zuschauer, das kennt man normalerweise von den Gebrauchtwagenhändlern. Die haben auch ganz viele Luftreiniger, die sie in gebrauchte Fahrzeuge legen, um dort zum Beispiel den Geruch von kaltem Rauch zu entfernen, der sich richtig in den Polstern absetzt. Und wenn die das Auto natürlich weiterverkaufen wollen, möchten sie es aufwerten. Und das können sie hier, wenn dann dementsprechend diese unangenehmen Gerüche entfernt sind. Sie sehen es hier einmal in der Grafik. Die verunreinigte Luft wird hinten angesogen. Staub, Milben, Zigarettenrauch, Viren, Bakterien, Pollen werden eliminiert durch einen Permanentfilter. Und die Ionisator-Technik, die auch greift. Und die gereinigte Luft wird einmal vorne zu ihnen dann dementsprechend ausgestoßen. Die Luft wird mit Anion angereichert, sodass sie konzentrierter sind, dass sie einfach ein tolleres Wohlbefinden haben. Und das für 18,91 Euro. Bitte denken Sie daran, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Knapp 50 Euro kostet der normalerweise die NC 5328 und die 569. Die bestellen immer zwei Stufen, aus denen Sie auswählen können. Whisper für den leisen Betrieb, tagsüber oder den Turbo-Betrieb. Sie haben es gerade eben gesehen, wenn man dann mal eine raucht oder wenn man vielleicht ein bisschen Knoblauch zum Beispiel anbrät, irgendwas frittiert, dann ist die Turbo-Funktion genau die richtige. Die NC 5328 und die 569 hier, Ihre Bestellnummer 18,91 Euro. Der TV-Sonderpreis hier bitte, bitte zuschlagen. Da sieht man das, wovon wir gerade gesprochen haben. Diese kleinsten Partikel. Dann, wenn die Sonne so in den Raum reinscheint, da sieht man, was da so alles in der Raumluft kreucht und fleucht. Und das haben Sie in den Atemwegen. Und das ist nicht alles gesund, was man da einatmet. Fahren Sie mal die Herrschaften in den Großraumzentren, in den Ballungsraumzentren. Da kommt noch die Feinstaubbelastung der Autos dazu. Ist nicht zu unterschätzen. Da hat der Karsten recht. Liebe Zuschauer, wir gehen aufs Treppchen. Wir beginnen Platz Nummer drei. Die eigenen Erinnerungen, die Schätze, die wertvollen historischen Filmdokumente, die man vielleicht noch im Keller oder auf dem Dachboden hat, die würde man gerne digitalisieren. Liebe Zuschauer, Stichwort Super 8 und 8 Millimeter Filme. Vielleicht haben Sie da auch noch welche zu Hause. Und diese Erinnerungen einfach auf dem Dachboden oder im Keller verwesen zu lassen, würde ich fast schon sagen, ist einfach viel, viel zu schade. Wir haben einen Digitalisierer und Scanner für die Super 8 und 8 Millimeter Filme. Für Sie ein sogenanntes Standalone-Gerät. Kein PC, kein Notebook wird benötigt. Und das Schöne ist, Sie können all die wertvollen Erinnerungen, die Sie von Ihrer Familie zu Hause haben, hier kinderleicht digitalisieren und ins moderne Zeitalter mitnehmen. Ja, wenn man sich das mal überlegt, da war ich also zu diesem Zeitpunkt, als 8 Millimeter Filme auf den Markt gekommen sind, noch so ein Funkeln im Auge meines Vaters. Das muss so Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Damals eine Kooperation aus verschiedenen großen Firmen, die sich also Film- und Fotogeschichten zugewandt haben. Damals eigentlich anlässlich der Olympiade in Tokio, liebe Zuschauer. 1965 war die Firma Kodak die erste Firma in Deutschland, die das Super 8-Prinzip, also auch den Privatpersonen, zur Verfügung gestellt hat. Und das endlich mal bezahlbar. Wobei es natürlich immer noch ein relativ teurer Spaß war seinerzeit. Aber damit konnte man endlich tolle Familienaufnahmen machen, wie zum Beispiel so etwas, etwas Traditionelles zum Beispiel. Wir haben also auch Filme gefunden im Kreise der Kollegen, wo ganz einfach auch mal Oktoberfesteröffnungen und dergleichen zu sehen waren, so aus Ende der 60er Jahre. Ich bin Baujahr 72. Da merkt man erst mal, wie lange das schon mittlerweile her ist. Ich werde 45 dieses Jahr. 29. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, dass man hier ganz einfach auch mal diese ganzen Familienerinnerungen, so wie dieses hier, Freddie Mercury in jungen Jahren zum Beispiel, ganz einfach mal festhalten kann. Und solche Bänder sind natürlich nicht für die Ewigkeit gemacht. Das ist leider ein Nachteil von analogen Bändern. Wir kennen es von VHS-Kassetten, von Musikkassetten, all diese Dinge. Und das heißt es immer, unter fachmännischer Lagerung haben die eine Halbwertszeit von ungefähr 15 bis 20 Jahren. Acht-Millimeter-Filme halten ungefähr 30 Jahre. Aber haben sie perfekte Bedingungen? Im Keller, in der Kiste oder oben im Speicher, unterm Dach? Wahrscheinlich nicht. Da kommt vielleicht mal ein bisschen Feuchtigkeit dran. Da hat man extreme Temperaturunterschiede von Sommer auf Winter. Untergeheizt wird ja nicht unbedingt im Keller oder unterm Dach. Und insofern werden solche Bänder irgendwann unbrauchbar werden. Und wenn die kaputt gehen oder nicht mehr zu nutzen sind, dann verschwinden natürlich auch solche Aufnahmen. Schau mal hier, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das ist doch schade, denn wenn dieses kleine Mädchen jetzt hier, die vielleicht 5, 6 Jahre alt ist, dann vielleicht mal irgendwann vorm Traualtar steht und ein schickes weißes Kleid trägt und Ja sagt und der Papa ein Tränchen versucht zu verdrücken hier, dann möchte man diese Aufnahmen gerne mal zeigen. Zeigen, wie es damals war, wie die Kindheit abgelaufen ist, wie das Haus vielleicht aussah. Aber wenn man keine Möglichkeit mehr hat, diese Filme tatsächlich bereitzustellen, am besten noch in digitaler Form, das macht das Ganze recht komfortabel, dann wird man diese Aufnahmen nicht mehr zeigen können. Und wenn Sie in die Kiste greifen, auf einmal ein verschrumpeltes Band finden, ärgern Sie sich schwarz, das garantiere ich Ihnen. Das kann man auch vom Profi machen lassen. Ich wüsste persönlich nicht, wo ich hingehen müsste. Und ich wüsste auch nicht wirklich, ob ich mir das unbedingt leisten kann. Und ob es mir dann unbedingt so wichtig ist. Aber hier hat man alle Möglichkeiten der Welt, gerne selber ganz einfach mal aktiv dabei zu sein und sich die Aufnahmen anzuschauen. Und ich denke, man wird toll in Erinnerungen schwelgen können. Oder aber man lässt so ein Gerät auch einfach mal über Nacht laufen. Das macht alles vollautomatisch. Und dann hat man am nächsten Morgen nicht nur den Film auf dieser Filmspule, sondern zusätzlich auch noch eine digitale Datei. Die kannst du dann hier auf dem PC draufladen und gerne mal aufs Smartphone rüberziehen. Für das eigentliche Digitalisieren brauchst du keinen Computer. Und das macht die Sache sehr komfortabel. Liebe Zuschauer, derzeit vergriffen. Wir hatten eigentlich ein Auslieferungsdatum am 27.03. Wir haben alles getan, alles in Bewegung gesetzt, liebe Zuschauer, dass Sie Ihren HDX-Filmscanner und Digitalisierer früher bekommen. Jetzt ist es uns gelungen, am 27.02. den auszuliefern. Wenn Sie den bitte haben möchten, gehen Sie bitte, bitte schnell in die Leitung. Ich finde sowieso, dass das ein Produkt ist, was gerade jetzt in der kalten Jahreszeit einfach absolut grandios ist. Da man sich mal ein Wochenende so wunderschön zu Hause hinsetzen kann. Kochen Sie was Leckeres. Nehmen Sie sich ein paar Chips zum Beispiel, eine gute Flasche Wein. Vielleicht kommen auch Ihre Bekannten, Ihre Familienmitglieder zu Ihnen. Und dann können Sie dementsprechend alle Super 8 und 8-Millimeter-Filme nicht nur von Ihnen, sondern auch aus dem Bekannten- und familiären Kreis digitalisieren. 379,91 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Man zahlt normalerweise knapp 150 Euro pro digitalisierte Stunde beim Spezialisten. Wahnsinnig viel Geld. Man muss natürlich dann dementsprechend auch überlegen, welches Filmmaterial lasse ich digitalisieren und welches nicht. Sie bekommen das Gerät jetzt nach Hause. Knapp 1.000 Euro kostet dieser Scanner und Digitalisierer im Handel. Die LX 4294 und die 569, die bestellen immer, Sie sehen es, ein Standalone-Gerät, für das Sie kein weiteres Gerät brauchen, zum Beispiel einen PC oder einen Rechner. Und wir haben hier auch noch eine Pressestimme. Testurteil, sehr gut. Der Somicon Super 8 Filmscanner ist wirklich einfach zu bedienen und liefert ein sehr ansehnliches digitales Ergebnis. Ideal für alle, die zwar Super 8 oder 8 Millimeter Erinnerungen, aber keinen Projektor mehr besitzen. Erschienen in einem PC-Magazin. Die NX 4294 und die 569 hier ihre Bestellnummer. Bitte, bitte schnell in die Leitung gehen. Die nächste Auslieferung erfolgt am 27.02. Es geht weiter. Für Sie Platz Nummer 2. Und ein weiteres Highlight haben wir jetzt für Ihr Fahrzeug. Wir reden von dem perfekten Blendschutz. Und das bei Tag und bei Nacht. Hier müssen wir direkt sagen, Dankeschön, Diana, die TV-Sonderpreismenge ist bereits vergriffen. Wir haben jetzt noch einen sensationellen Preis für Sie, wo Sie bitte auch schnell, schnell zugreifen sollten. Denn wir sind hier kurz vor der Begrenzung. Das ist Ihr Universal-Tag-und-Nacht-Autoblendschutz. Ja, und der ist absolut perfekt, liebe Zuschauer. Nicht nur, dass Sie den ganz komfortabel, ganz einfach nur an der Sonnenblende, jetzt hier in Ihrem Fahrzeug befestigen. Sie haben vollen Schutz vor irgendwelchen Lampen, vor irgendwelchen Scheinwerfern, vor tiefstehender Sonne. All das, was einem Autofahrer momentan, aber auch in den Hochsommermonaten in die Parade fahren kann. Und das ohne nennenswerten Komfortverlust beim Autofahren. Schauen Sie sich das mal an hier. Ja, also ich persönlich, und das kennen wir alles, das war die A5 Richtung Basel runter, kurz hinter der Ausfahrt zum Europapark Russen. Aufnahme von unserem Chef aus einer Dashcam. Und ich weiß nicht, was Sie gesehen haben. Ich für meinen Teil habe einen roten Himmelskörper gesehen, der gerade hinten am Horizont verschwindet. Und der hat mich mehr oder weniger blind gemacht. Unseren Chef übrigens auch. Er sagte auch, ich musste mal wirklich ein bisschen runter vom Gas, weil ich meinen Vordermann noch nicht mal mehr gesehen habe. Geschweige denn, ob der bremst, ob der beschleunigt, ob da vielleicht irgendwo ein Stau entstanden ist oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich fatal. Wir lesen es jeden Tag in der Zeitung. Und wenn die Herrschaften, die da mitunter mal ein Stauende übersehen, vielleicht nicht geblendet worden wären, wäre es vielleicht dann doch noch etwas glimpflicher ausgegangen. Nur, klappen Sie die Sonnenblende runter. Ja, haben Sie die halbe Frontscheibe tatsächlich blind? Und dann wissen wir, das haben wir eben schon gesehen, dass das ausmachen kann, bei einer gewissen Geschwindigkeit ganz einfach einen Blindflug. Und wenn Ihr Vordermann bremst und Sie kriegen das nicht mit, knallen Sie dem mit 130 Sachen ins Heck rein, möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Dann lieber ganz einfach kurz mal eben den Blendschutz runterlassen. Das ist wie eine Sonnenbrille, ein sehr zuverlässiges, kratzfestes Acrylglas. Wenn es in die Dämmerung hineingeht, nehmen Sie bitte ganz einfach die gelbe Variante. So ist es mit dem Finger eingeklemmt, so passt es wieder. Und dann haben Sie natürlich auch diese störenden Reflexe, zum Beispiel von Oberlichtern und dergleichen, von Xenon-Scheinwerfern oder von normalen Scheinwerfern mit zwei Kästen Wasser hinten drin und nicht eingestellt. Ganz einfach nicht mehr. Das ist komfortabel und kann eben von einem Fahrzeug zum anderen mitgenommen werden. Und ich glaube, das ist ein Maximum an Sicherheit für ein Minimum am Preis, gerade mal 6,90 Euro am heutigen Tag. Die TV-Sonderpreismenge ist bereits vergriffen. Liebe Zuschauer, Sie sparen trotzdem 77%. 6,90 Euro. Der fantastische TV-Sonderpreis hier an dieser Stelle. Bruchfestes Acrylglas. Und das einmal in der Tag- und Nacht-Variante. Die NX 91, 51 und die 569. Hier Ihre Bestellnummer. Bitte schnell in die Leitung gehen. Brandneu und direkt kurz vor der Begrenzung. 6,90 Euro. Der grandiose Blendschutz. Sie sehen, tolle, tolle Produkte, die wir bisher hatten. Richtig schöne Highlights. Aber das richtige Highlight, das kommt jetzt auf Platz Nummer 1. Ja, liebe Zuschauer, und das Notebook auf Platz Nummer 1, das hat bereits der Kollege Ralf Janssen zu Hause. Und er schwört auf dieses Notebook. Wir reden von Marktqualität. Geprüfte Marktqualität zu einem ganz verhältnismäßig kleinen Preis heute. Ein Lenovo ThinkPad, das robust ist, das der perfekte Begleiter unterwegs ist, das aber vor allem auch Leistungsdaten hat, die absolut begeistern. Also, das muss man ganz klar sagen. Die Firma Lenovo baut einfach, und deswegen sind sie nicht umsonst, einer der Top-Anbieter weltweit, fantastische Laptops. Und es muss so Anfang des neuen Jahrtausends gewesen sein, 2001, 2002, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Firma Lenovo von IBM damals die ThinkPad-Sparte übernommen hat. Damals ja von IBM ins Leben gerufen. Und eine Bezeichnung für einen Laptop natürlich, oder für einen Notebook mehr oder weniger. Nur die Firma Lenovo hat das Ganze also auch nochmal um ein Vielfaches gesteigert. Denn Hewlett Beckert war der erste Anbieter weltweit, und Branchenprimus natürlich, der angefangen hat, diese Rechner mit einer magnesiumverstärkten Außenhülle zu versehen, Spritzwassergeschützte Tastaturen einzubauen, Edelstahlscharniere, also alles das an Material zu verwenden, was einen solchen Rechner um ein Vielfaches widerstandsfähiger werden lässt. Ja, und das macht natürlich Sinn, gerade bei so einem mobil einsetzbaren Gerät. Und da haben sich die Entwickler von Lenovo ebenfalls in stille Kämmerlein zurückgezogen und mit HP gleichgezogen. Nicht umsonst findest du mal Hewlett Beckert, mal Lenovo, auf Platz 1 der Computeranbieter, und das schon seit vielen, vielen Jahren. Wir reden also mal schnell hier von ein paar Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Allein die Firma Lenovo hat 2016 über 50 Millionen Exemplare von Laptops und von Computern weltweit an den Mann und an die Frau gebracht. Da scheint also offensichtlich was Zuverlässiges hinterzustecken. Schön natürlich auch, dass wir hier eine fantastische Ausstattung haben beim T420. Eine Legende bei den Außendienstlern, eine Legende speziell bei den Herrschaften, die ganz einfach zuverlässiges, schnelles und robustes Material für ihre Arbeit, für ihre Freizeit haben wollen. Und das wird auch mit der Grund gewesen sein, warum der Ralf dazu gegriffen hat. Der hat mit 14 Zoll, also knapp 36 Zentimeter hochauflösender Bilddiagonale, fantastische Möglichkeiten der Darstellung. Ist trotzdem schön kompakt und schön leicht für den mobilen Einsatz. Und über einen der modernsten Prozessoren momentan auf dem Markt, bist du hier also auch in Sachen Geschwindigkeit für die nächsten Jahre locker und hervorragend versorgt. Egal, ob du nochmal eben schnell Online-Banking machen möchtest oder vielleicht mal ein bisschen aufwendiger eine PowerPoint-Präsentation, vielleicht mal Bildbearbeitung, da brauchst du ganz einfach ein solches Material für. Wir schauen mal auf Pearl.de, denn sie sparen heute wieder wahnsinnig viel Geld. Der kostet dort knapp 479,90 Euro. Das ist der Preis auf Pearl.de. 429,50 Euro, versandkostenfrei. Das ist hier ihr TV-Sonderpreis. Die REF 1287 und die 569 hier ihre Bestellnummer 1700 Euro. Und das ist die unverbindliche Preisempfehlung dieses geprüften Leasing-Rückläufers. Das ist 1A-Ware, die sie bekommen, die bereits gezeigt hat, dass sie was kann. Das ist Qualität aus dem Hause Lenovo und begeistert natürlich. Und der Reif, der erzählt auch immer so herrliche Geschichten zu Hause, wie eben zum Beispiel das Notebook vom Beifahrer sitzt, bei einer starken Bremsung runterfällt. Und wo er sagt, oh mein Gott, ich hatte schon Gänsehaut, weil ich dachte, wenn ich es jetzt öffne, dann ist bestimmt alles gebrochen, das ganze Glas, das Display, nichts. Liebe Zuschauer, das ist Qualität, die er einfach begeistert. Sieht wunderbar aus, hat tolle Leistungsdaten. Und für 429,50 Euro heute ein richtiges Schnäppchen. Versandkostenfrei wird er ihnen geliefert. Ich bin auch begeistert. Und das Tolle ist, dass man ja nicht nur den Rechner bekommt, sondern auch noch passend die Dockingstation. Richtig, genau. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, liebe Zuschauer. So eine Dockingstation ist unglaublich komfortabel. Vielleicht haben Sie ja auch irgendwo einen festen Platz, wo Sie normalerweise die Basis für Ihren Laptop haben. Wenn Sie den aber mitnehmen möchten, dann müssen Sie in der Regel das machen, was ich jetzt auch hier mache. Das heißt, ich habe die Stromzufuhr jetzt hier ganz einfach zum Laden des Akkus direkt am Rechner dran. Wenn ich also jetzt meinen Platz verlassen möchte und muss also hier ganz einfach mit dem Rechner mal ins Wohnzimmer, mal ins Schlafzimmer oder vielleicht mal im Sommer raus auf die Terrasse gehen, müsste ich das Kabel ziehen. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt docke ich ganz einfach die Stromzufuhr hier an die sogenannte Dockingstation an. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Den können wir ruhig hochfahren, dann passt das. So, den Stromanschluss haben wir jetzt hier. Und jetzt kann ich hingehen und kann ganz einfach diese Dockingstation, diese Garage oder diesen Keller, wo man im Haus normalerweise die ganzen Anschlüsse findet, ganz einfach dort stehen lassen. Mit einem einzigen Klick habe ich jetzt hier sämtliche Peripheriegeräte und natürlich auch die Stromzufuhr mit dem Rechner verbunden. Möchte ich ihn jetzt mitnehmen, muss ich nicht ein einziges Kabel ziehen, sondern kann ihn ganz einfach entriegeln. Die Stromzufuhr ist unterbrochen, Druckerscanner, alles das, was ich dran hatte, bleibt natürlich an der Dockingstation vorhanden. Die Akkus sind zuverlässig und genauso überprüft wie alle anderen Funktionen auch. Jetzt mache ich mein Ding, zeige meiner Gattin ein bisschen was Schönes, ein schönes Urlaubsangebot, mache mein Online-Banking ganz bequem zu Hause auf der Terrasse. Und wenn ich wiederkomme und den Akku wieder laden möchte oder vielleicht was ausdrucken möchte, Kabel gebunden am Drucker, dann docke ich ganz einfach wieder an. Und das geht hier einfach, zack, kurz rein. Ich höre das kurz, macht er dann eben und dann ist es gut. Übrigens können Sie die Dockingstation auch gerne am Schreibtisch verankern. Und wenn Sie nicht wollen, dass die jemand mitnimmt, dann schließen Sie ganz einfach ab. Zwei Schlüssel haben wir mit dabei, wird sogar rot markiert. Und jetzt kannst du drücken, so viel wie du willst. Oder auch den Schreibtisch unter den Arm klemmen, ich glaube, das macht kein Mensch. Auf jeden Fall hast du damit dein Material ganz einfach gesichert. Übrigens auch vor den Kindern oder vor neugierigen anderen Herrschaften, die im Haus zu finden sind. So, wieso kriege ich den Schlüssel da nicht rein? Die REF 1287 und die 569 hier, Ihre Bestellnummer 429,50 Euro. Liebe Zuschauer, sichern Sie sich diesen sensationellen TV-Sonderpreis. Und das war es auch schon mit dieser Top 10-Show rund um das Thema Highlights. Jetzt sind Sie an der Reihe, bestellen Sie Ihre persönlichen Highlights. Ihre Lieblinge aus dieser Sendung und das unter der Telefonnummer 0185151 und dreimal die zwei. Ansonsten habt ihr auch noch die Möglichkeit, online zu bestellen auf www.koll.tv. Denken Sie daran, der TV-Sonderpreis ist nur bis zu zwei Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung für Sie gültig. Und wir hören gerade nochmal aus der Regie, die Frischhaltedosen sind wirklich auf den letzten Stückzahlen. Deshalb bestellen Sie bitte, zögern Sie gar nicht lang. Und wir wünschen Ihnen dann anschließend ganz, ganz viel Spaß mit Ihren eigenen persönlichen neuen Highlights. Los geht's!